Nein, ich glaube nicht, dass ich mich missverstanden fühlen muss. Ich glaube, ich habe das gesagt, was viele Menschen denken. Und ich empfinde das auch als die Realität. Die Ukraine ist kein Staat, der zum Westen gehört. Und zu sagen, in der Ukraine werden Freiheit, Frieden und Menschenrechte verteidigt und wir müssen deswegen auf Seiten der Ukraine stehen, ist aus meiner Sicht unredlich. Die Ukraine ist ein hochkorrupter Staat. Der Staat, Herr Selinski, ist noch vor einem halben Jahr in deutschen Medien scharf kritisiert worden. Wegen der Korruption dort, wegen auch Rechtsverletzungen, wegen der Verletzungen von Minderheitenrechten in der Ukraine. Jetzt wird er als Heilsbringer, als Heiland dargestellt, als ob er der Vorposten der Europäischen Menschenrechtskonvention wäre. Das ist Blödsinn. Es geht um etwas anderes. Wie oft bei Kriegen geht es einfach um Machtinteressen. Und das muss man einfach aussprechen. Und da habe ich auch die Erwartung, kann unsere Politiker das ja etwas mehr Ehrlichkeit zeigen und nicht so tun, als ob wir hier einen humanitären Krieg hätten. Auf der einen Seite die guten, die weißen Ritter, nämlich die Ukraine mit Herrn Selinski oben auf dem Pferd und dahinter im Gefolge die USA und wir. Und auf der anderen Seite der Dämon, der Teufel, Putin. Das ist etwas vielleicht noch aus den Kindermärchen. Damit kann man kleine Kinder vielleicht noch begeistern. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist komplexer. Es geht um Macht. Es geht um Interessen. Und leider zu Lasten der ukrainischen Bevölkerung.